Kurz öffnen, um zu überprüfen, ob nicht eine Beschwerde drin ist. Wenn nicht, kann man ihn ja wieder zuklegen. Weiß ich, weiß ich das. Brauchen Sie mich nicht zu lehren. Das mache ich schon selber auf Sicherheitsrunden. Ja gut, also tun Sie mir den Gefallen. Wenn Ihnen eine Klage oder Angeberei in die Hände fällt, schreiten Sie diese ohne Bedenken fest. Wird gemacht. Nehmen Sie sich jetzt Acht, dass wir uns eines Tages teuer zu stehen kommen. Ach was, alles halb so schlimm. Ja, wenn Sie es an die große Glocke hängen. Aber hier bleibt es doch in der Familie. Stehen bleiben außerordentliche Neuigkeiten. Aber hier bleibt es doch in der Familie. Aber hier bleibt es doch in der Familie. Aber hier bleibt es doch in der Familie.